Bei uns werden die Ausbildungsberufe vorgestellt, die wir rund um das Thema Papier hier brauchen. Das heißt Papiertechnologe, Maschinen- und Anlagenführer für den Bereich Produktion. Im Bereich Technik suchen wir auszubildende Elektroniker, Betriebstechnik und Industriemechaniker. Und auch für den kaufmännischen Bereich suchen wir für 2024 den Industriekaufmann, Industriekaufmann. Sowieso ist Papier ein zukunftsträchtiges Produkt. Gerade wir haben Produkte bei unserem Portfolio, was beim Verarbeiter zum Beispiel als Ersatz für Folie mit eingesetzt werden kann. Oder auch ganz viel in der Lebensmittelindustrie bei Tüten und Beuteln verarbeitet wird. Und natürlich geht unser Produkt, unser Grab zum Beispiel in die Kaffeefilterproduktion, was sicherlich auch viel bekannt ist. Unsere Produkte sind vielfältig einsetzbar. Und ich behaupte mal, jeder hat am Tag bestimmt einmal ein Produkt von uns, ein Netzprodukt von uns in der Hand. Sei es, dass er Kaffee trinkt oder sei es, dass er irgendwo beim Bäcker eine Tüte und Beutel von uns in der Hand hat. Oder andere Produkte, wie gesagt, wo unsere Papiere zum Einsatz kommen. Also gut wäre natürlich für den Ausbildungsberuf ein guter Realschulabschluss oder ein guter Hauptschulabschluss. Der Schwerpunkt liegt bei uns ein bisschen auf den naturwissenschaftlichen Fächern. Und ja, motiviert sollte natürlich ein Auszubildender sein. Man kann auch unsere Unternehmen nochmal gerne bei einer Woche der offenen Unternehmen kennenlernen. Man kann dort Rundgänge machen, um sich auch nochmal nähere Informationen einzuholen und zu schauen, wie sieht es denn bei uns aus und was kann denn bei uns ausgebildet werden.